Station 7 Jesus wird verurteilt Und am Morgen waren wieder ganz viele Menschen auf der Straße und Pilatus, der römische Stadthalter, befragte Jesus Sagst du etwa, dass du der Sohn Gottes bist? Und Jesus sagte, so ist es. Und Pilatus fragte die Menschen, was hat denn Jesus Schlimmes getan? Und sie sagten aber, kreuzigen ihn. Und Pilatus meinte, ich kann aber nichts Schlechtes an ihm erkennen. Und die Menge war aufgebracht und wütend und sagte nur immer wieder, kreuzige ihn. Und Pilatus sagte, ich will daran keine Schuld haben. Hier, meine Hände sind rein. Und er wusch sich die Hände in einer Schale und ging weg. Und Jesus wurde abgeführt. Und er hat die Hände in einer Schale und verabschiedung.